Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dying Light, eurem Shooter. Ich habe nur noch ganz wenig Leben. Ich kann keine Shooter kommentieren. Aber egal, ich gebe ja mein Bestes für euch natürlich. Und ich will natürlich die Monika den. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du noch lebst, aber hallo. Na. Schade, schade, schade. Ich hoffe, wir müssen das jetzt nicht mal nochmal ganz machen. Das ist natürlich scheiße jetzt, ne? Jetzt muss ich die alle nochmal abschießen. Wo? Okay. Es kommen wohl keine neuen dazu. Das wäre auch echt unfair gewesen. Ja, da wird das. Tollensumme-Game. Ein Kack-Shooter. So. Ja. Oh, Schien-Gewehr? Nein, Schien-Gewehr. Ich zeige. Das ist egal. Ich bin mal. Ich habe drüber laufen. Warum machst du? Ja? Komisch. Wer ist da? Wer sind Sie? Ruhig, Doktor, ich bin's. Crane, Gott sei Dank. Hören Sie, es ist wichtig. Auch wenn ich nun offensichtlich selber in Gefahr bin, darf meine Forschung nicht mit mir sterben. Ihnen passiert nichts, Doktor, aber zuerst müssen wir von hier weg. Und sprechen Sie leiser. Oh, ja, ja, natürlich. Aber verstehen Sie, meine Daten. Doktor Camden braucht Sie. Darum habe ich Jade die Pakete gegeben. Ich weiß, Sie wollten das übernehmen, aber sie war gerade zur Stelle und da es eilte... Oh. Hi. Oh, scheiße, jetzt bin ich aber mal gespannt, ey. Spürt den Skorpion auf, mit allen Mitteln. Mit Vergnügen. Und die beiden hier? Was soll mit denen geschehen? Sie werden sie niemals finden. Niemals. Und ich sage Ihnen nichts. Von mir erfahren Sie gar nichts. Es geht mir nicht darum, Sie zum Reden zu bringen, sondern darum, Sie von der Flucht abzuhalten. Ich habe keine Ahnung, was Sie mit dem Doktor und mir vorhaben. Ich habe keine Ahnung, was Sie mit dem Doktor und mir vorhaben. Aber als wir uns auf den Weg zurück zum Turm machen wollten, wurden wir von Rai's Männern überwältigt. Ich habe keine Ahnung, was Sie mit dem Doktor und mir vorhaben. Grube? Ich habe Grube verstanden. Oh Gott. Richtet ihn auf. Oh Mist. Doktor. Du schleißt dich ein. Wie eine Schlange im Gras. Crane. In einer Stadt der Lügen. Bist du der größte Lügner von allen. Wovon redest du? Sag's schon, du Hund. Ja. Kontrollverlust. Eine typisch amerikanische Eigenschaft. Hört sich. Nicht übel. Ich verstehe den Mann nicht so richtig. Oh nein. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste, dass du doch die Scheiß-Tank-Arsch-Wächer hast. Ich bin aber schön abgekuckt von Wolken-Death. Gratuliere. Gratuliere. Gibt es auch noch was anderes außer Gas rufe? Gibt es auch noch was ich mache? Oh. Wow. Ja, natürlich kann ich hier eine Medikitarre stellen. Oh, ich kann immer noch klettern. Der war jetzt gar nicht so schlecht, ne? Es gibt hier irgendwie Mittel und Wege, sie zu zerstören. Ich kann immer wieder zu schieren. Ich kann immer wieder zu schieren. Okay, so wenig Spaß macht mir jetzt das Ganze gar nicht. Einfach am Anfang ein bisschen besser gucken soll. Das wird ja nicht nur eine Runde sein hier. Ich habe ein paar Versuchen hier jetzt schon noch einmal umzuhauen. Ich hoffe, dass es hier oben noch gut ist. Wenn wir mal auch gucken. Sollen wir die Wolfen also irgendwie werfen können? Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Da ist noch einer. Ich hab mich noch mal versucht, da ist noch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie man das macht. Soooo. Ich habe mir jetzt gerade noch eine grenade. 2 Hm, was könnte er noch tun? Daneben sind noch ne ganze Menge. Damn, ich habe natürlich nicht gewonnen. Ah, ich habe noch nicht gewonnen. Die Töne sind ja nicht. Die Töne sind ja nicht so gut. Er ist ein Dämpfer. Der ist ja nicht so gut. Boing. So, jetzt erhol ich mich schnell. So. Ich muss doch immer gucken, dass ich irgendwie so... Einzelne oder zwei kann. Wir laufen jetzt hier aber auch noch ein bisschen rum. Vielleicht finden wir noch was zu höchst. Was ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, acht. Wir müssen jetzt nur noch. Hier haben wir noch ein Wurfmesser. Gut. Jetzt kommen die so langsam raus. Mal. Wirklich gucken, dass es eine Person bleibt. Für diese Female Sips. Ja. So. So. Jetzt. So. Jetzt zu essen haben wir nämlich mit sich. Ja, meistens. Aber genau. Jo. Dann können wir wahrscheinlich auch nicht viel machen. Ja. Zeigen wir auf jeden Fall mal, dass wir kämpfen können. Ja. 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 Okay. Das war knapp. Er versucht, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Crane, zu wenig und zu spät. Eindrucksvoll für eine lebende Leiche. Oh nein, ich will gar nicht wissen, was es da drin hat. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der rankt. Wo ist er? Es gibt überhaupt keine Ausdrückung. Wie war es da? Null. Woah. Wie ist es? Kann ich euch das mal zeigen? Wie ist es? Wie ist es? Lass uns den Weg gehen wahrscheinlich. Oh Gott. Suntas? Was ist das? Wir versuchen irgendwie in die Fallen hier zu locken, aber... Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht, die Fallen. Wie mache ich denn das klug? Der rennt auf mich, wenn ich hier bin. Ich glaube, das ist ja gar nichts gebracht. Ich glaube, wo ich hier bin. Ist es irgendwo reingerannt oder nicht? Da ist Sand. Da ist es ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Ja, den nächste, warum ich die Fässer nicht behalte, den nächsten Versuch seht ihr dann beim nächsten Mal. Sorry, wenn ich da echt wenig kommentiere, aber ich bin da echt immer so, ja, im Spiel drin, dass ich das dann irgendwie nicht kann. Also bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.